Wer heute zum Stuttgarter Flughafen wollte, musste erst einmal durch Polizeikontrollen. Die Terrorgefahr beschreiben die Behörden zwar als abstrakt, und trotzdem ist sie für die Passagiere sichtbar. Schwer bewaffnet patrouillieren deutlich mehr Beamte als sonst durch die Terminals des Flughafens. Eine Vorsichtsmaßnahme, so der Innenminister von Baden-Württemberg. In den letzten Tagen haben wir verschiedene Hinweise bekommen. Und unsere Sicherheitsbehörden werten diese Hinweise dahingehend aus, dass es zu Ausspähungen an Flughäfen, auch in Baden-Württemberg, gekommen ist. Obwohl es keine Hinweise für eine konkrete Gefährdungslage gibt. Im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen vier Verdächtige. Zwei von ihnen seien Vater und Sohn und stammten aus Nordrhein-Westfalen, identifiziert durch Videoaufzeichnungen. Das ergaben Recherchen von SWR und RBB. Schon vergangene Woche seien sie der französischen Polizei aufgefallen. Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle sollen sie Fotos vom Terminal gemacht haben. Außerdem seien sie in einem weißen Mercedes-Sprinter-Kastenwagen gesichtet worden. Möglicherweise dieselben Männer, die auch am Stuttgarter Flughafen gewesen sein sollen. Offiziell gibt es dafür noch keine Bestätigung. Sie können sich vorstellen, da laufen umfangreiche Ermittlungen. Und aus taktischen Gründen wäre es natürlich falsch, Details zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu tragen. Der Hinweis soll von marokkanischen Behörden gekommen sein. Der Flugbetrieb in Stuttgart lief heute zwar ganz normal weiter. Die Bundespolizei hat aber sämtliche deutsche Verkehrsflughäfen sensibilisiert. Die Bundespolizei hat aber sämtliche Ermittlungen.